Da drüben schlafen wir und ich zeige euch die Autobahnbrücke von oben, weil hier ist Träpe. Ich habe hier Träpe gefunden. Träpe hochlaufen. Träpe. Träpe runterlaufen. Träpe. Noch mehr Träpe hochlaufen. Träpe. Schon wieder Träpe runterlaufen. Träpe. Träpe hochlaufen. Träpe. Ja genau, das ist diese Autobahn von dieser Perspektive aus. Hier fahren ganz viele Autos rum. Das ist eine richtige Autobahn. Das hat sich wie so ein Fahrrad Klingeln angehört. Herzlich willkommen in der lauten Autobahnbrücke. Es wird eine uhrebetäubende Nacht sein. Dankeschön. Du wirst morgen nur halb so viel werden. Ich werde mir Taschentücher in die Ohren schnetten, glaube ich. Das wird so richtig geil sein. Und es regnet die ganze Zeit, es ist total kühl. Und deswegen schlafen wir unter dieser Autobahnbrücke. Das wird so richtig geil sein. Dafür! Und deswegen wie deine L Guadalica! Sorry, priedeial sind個 Schrauben! Ihr seid, ich feh. hores, ich latency darauf h لل钱. Wirklich? 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 Wirklich?